Hallo und willkommen zurück bei... Moment. Oh fuck, wir hatten ein Wurmloch gleich daneben. Und wir sind extra hierhin gereist. Willkommen zurück bei Kingdom Hearts. Und nimm dieses Wurmloch hier in Angriff. Da 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 Okay, gut, gut, gut. Okay, und abends wo unten noch. Hm, sieht irgendwie unheimlich aus, ob es wohl zu neuen Welten führt. Oh, ho, 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 ho. Uh, ah. Uh, fuck. Gut, eh. Wie? Woaa woha woa 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 woa. Hm, jaa wo? Aha! Gut. Irgendwie haben wir es immer noch geschafft. Au. Oh. Willkommen nach Da sind die Weiß es hin. Ah, Krabah. Jetzt erst einmal etwas überprüfen. Ah. Auch mit diesem Wurmloch hätten wir nur Ach so. Gut. Mal. Äh, bin ich blöd? Ah, ne. Huchahaha. Das Landen. Wollte eine Stadt aus des Orients. Ah, Krabah. Und das Schlüsselloch? Die Herzlosen suchen gerade danach. Wir werden es noch rechtzeitig finden. Jetzt bleibt nur noch das... Das Mädchen macht mehr Ärger als sie sollte. Ihr sagtet, ihr hättet alles unter Kontrolle. Agrabah hat viele Verstecke für Ratten jeder Art. Aber warum sich um Prinzessin Jasmin sorgen? Mit oder ohne sie, diese Welt gehört uns, sobald wir das Schlüsselloch finden. Wir brauchen alle sieben Prinzessinnen der Herzen, um die letzte Tür zu öffnen. Fehlt eine, ist es zwecklos. Nun, wenn die Prinzessin so wichtig ist, werden wir sie finden. Findet Jasmin und bringt sie zum Freude. Setzt euch nicht zu lange der Dunkelheit aus, weil die Herzlosen die Leichtsinnigen verschlängen. Ihre Fürsorge ist rührend, aber nicht angebracht. Können wir ablocken? Können wir ablocken? Gut. Äh, so. Nein! All das wunderbare Zeug, das hier war, weg. So. Öffnen. Und was kriegen wir dafür? Ein Megapotion. Aber zuerst... Item... Donut... Profi... Aha, aha. Ausrüstung. Simples Schlüsselanhänger. Aha. Okay, gut. Haben wir etwas Neues? Nein. Gut. Hm. Vielleicht etwas... Nein. Donald? Nein. Abilities. MP haste... MP Heilung wird... Natürlich. Rausrüsten. Suche, aha, aha, rotatoranalyse. Und Goofy hat... Goofy hat... Goofy Trom... Trombe? Goofy Trombe? Erfolg rotieren, sein Ziel, Spezialangriff verbraucht ein MP. Aha, aha. Und für die Gruppe haben wir noch nichts. Gut. Okay. Uäh. So, und so, und... Öffnen. Mega-Eta. 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 Alles meins, alles meins. Meins, meins, meins. Gut, können wir hier rein. Öffnen. Mega-Pushen. Ah, das Grüne können wir immer noch nicht aufmachen. Oh, und hier kann man speichern. Sehr gut. Ohoho. Gut. Ich glaube, ich habe vorhin Schwachsinn gemacht. Oh, da dafür brauchen wir das Grüne Teil. Okay, hier kommt keiner. Die auch, ne? Gut, dann gehen wir weiter. Au. Warte, Scheiße. Da gibt es diese Töpfe, die spinnartig sind. Wow. So, okay. Die haben wir auch besiegt. Gut. Wie funktioniert diese MP-Hast? Also. Okay, hier kommt man nicht rein. Uh. Uh. Ah. Gut. Ich schüttel einsammeln. Nein. So. Oh. Oh. Wow. Nein. Ah, fuck. Okay. Welten gefunden. Bewecken. Bewegen. Der fliegende Tepper ist zur Wüste geflogen, aber lass uns weiter die Stadt erkunden. Sehr gut. Sehr gut. So. Öffnen. Sehr gut. Stadtportal. Bewegen. Oh. Bewegen. Irgendwo hat sich ein Tor geöffnet. Begessen. Wo? Hauptstrasse. 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 Und wir gehen dann hier. Stadtportal. Aufstehen. Oh. Jetzt rób ich rein. Jetztce. Jetzt continuum. Jetzt geht's Pirate an den Bogen nach. Zurück aus. In denRh Davis 있어요. Nein, wegen eurer kleinen Pessers. Gut, dann muss ich zurück, das sah nach dem Versteck von Aladdin aus. Dann muss ich da zurück gehen. Erstaunlich. Gut, hier rauf. Was ist denn das? Das Geschäft läuft nicht gut, ich möchte einkaufen. Naja, ist gut. Tut mir leid, Freund, aber... Okay, und... Sprung! Gut. Öffnen. Okay, öffnen. Eine Hütte. Eine dämliche Hütte. Oberstrasse, aha, aha, aha. So. So. Gut. Öffnen. Schutzgummi. Ich sollte nicht lachen. So. Oh. Okay. Hm, da waren wir, aber wir kommen wie jetzt... ...da hoch. Okay, hier ist schnell. Öffnen. Mega ecker. Jetzt will ich etwas ausprobieren. Was passiert, wenn wir hier runter gehen? Ah, so. Hier. Gut. Äh, dann kann man hier noch rein? Oder auch nicht. Gut. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh. Wenn das so ist, hier rein. Wer ist da? Hallo? Der Großvisier, er besitzt böse Kräfte und hat Agrabah unterworfen. Er sucht verzweifelt etwas, er nennt es das Schlüsselloch. Jafar hat mich auf der Flucht erwischt, aber er hat mir geholfen. Er? Wer hat dir geholfen? Wir hatten uns in der Nähe versteckt, aber er muss noch etwas erledigen. Oh, ich hoffe, Aladin ist nachts passiert. Aladin, wo könnte ich diese Ratte finden? Jasmin, erlaubt mir euch eine passendere Begleitung zu finden, meine liebe Prinzessin. Diese kleinen Ratten sind eurer unwürdig. Jasmin, lauf! Ah, der Junge mit dem Schlüssel. Ja, der Junge mit dem Schlüssel. Rücken. Hier, scheiße, aus dem Leib. Okay, da. So, am Maximum Abbieg. Schön für mich. Okay, gut. Hier. Oh! Ich sehe mal von Negan, wo auftauchen. Mega Potion. Ja, okay. Ja, okay. Oh, ich sehe mal. Oh, ich sehe mal. Das geht noch mal. Aber die Frage ist, warum sollte er da hingehen? Gut, entscheiden wir, was passiert, wenn wir Hauptstrasse? Jetzt ist der Weg frei. Oh, gut. Diese Schweine! Ronald hat das Maximum abgeschickt. Abilative Points. Nein! Nein! Okay. Weiterspielen. Was erinnert er sich das letzte Mal? Ah, hier. Oh. Komm schon. Ah! So. So. Hey! Oh. Das hätten wir geschafft. Wah! Oh! 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 So, hier ist alles daco Ok, Moment So, äh, Peter, Peter, Donald, verdammt, okay, drücken wir hier noch schnell auf. Donald, sei kein Weichei. Aber warum halten die auch einmal mehr aus als sonst? Nicht etwa, weil sie einfach größer werden, oder? Gut, der einzige Ort, den wir als nächstes gehen können, ist hier immer noch nachts. Also hierzu Aladinshütte, oder? Aladinshaus, ja, es ist Aladinshaus. Dann auffüllen, ups, speichern. Sehr gut. Wenn das Aladinshaus ist, wo ist denn dann Aladin? Vielleicht hier? Ah, okay, gut. Ich würde sagen, das war's für diese Folge, bis zum nächsten Mal, ciao.